Seidene Anzüge, Mädel in Mahagoni-Schrank Stets elegant, redegewandt wie ein Showgigant Mein Lifestyle ist Polygam und wie aus nem Erotikband Viel Gesicht ich im Spiegel, blick mich ein Adonis an Pure Dominanz, je echter Alpha-Mann Du siehst mich an und weißt, dein Freund ist nur ein halber Mann Deine Freundinnen sehen mich im Promi-Magazin Finden den Body attraktiv und kriegen Bondage-Fantasien Bin ein nonchalanter Typ, Männer kriegen Penis-Neid Alleine wegen meiner Aura werden die Ladies weich Unter dem Blick meiner silbergrauen Iris Schrumpfen sogar resolute Business-Frauen zu Teenies Sind gefesselt von mir, doch ich reagier Reservier, bleib lässig und wirk desinteressiert Yeah, äußerlich charmant, im geheimen Sadomaso Weiche Schale, harter Kern, wie ne Avocado Ich bin nicht Christian Grey, doch gebt den Ton hier an Alpha-Mentalität, pure Dominanz Ein Girl ist mir verfallen und klamm heimlich raus Sie will nächten Mann, denn du bist langweilig drauf Ich bin nicht Christian Grey, aber dominiere Hab das Sagen, als ob ich aufm Tron regiere Dein Girl ist gefesselt, dir sind die Hände gebunden Du kannst nichts machen, dir sind die Hände gebunden Girl, wir sind kein Liebespaar, wir sind Geschäftspartner Ich wickel dich um den Finger wie ein Heftpflaster Du kennst dich aus der Tageszeitung, jetzt hängst du in meinem Spielzimmer Stillsicher Latex-Leiode und total knapp Mini-Rock Ich mutiere vom Aalglatten für'm Boss zum Stahlharten Liebesgott, bild dich zu einer meiner Bettsklaven in Aus Bring dich mit Sexpraktiken bis zum extratischen Rausch Du willst mehr bekommen, tust was ich sag Yeah, du bist mein Sub und folgst dem Dom wie Perignon Liegst auf dem Bett herum, bist gefesselt und Hast zwar kein Jog auf den Lippen, aber nen Gag im Mund Kriegst die Peitsche und kreilst dich ans Holzgestell Und hörst das Klatschen nach jedem Schlag Wie beim Golf-Duell, du kriegst nen roten Arsch Doch du willst es grob und hart Ich mach weiter, bis du irgendwann das Rotwort sagst Ich bin nicht Christian Grey, doch gib den Ton hier an Alpha-Mentalität, Buche Dominanz Ein Girl ist mir verfallen und klamm heimlich raus Sie will nen echten Mann, denn du bist langweilig drauf Ich bin nicht Christian Grey, aber dominiere Hab das Sagen, als ob ich auf'm Tromm reagiere Dein Girl ist gefesselt, dir sind die Hände gebunden Du kannst nichts machen, dir sind die Hände gebunden Ich bin nicht Christian Grey, doch gib den Ton hier an Alpha-Mentalität, Buche Dominanz Ein Girl ist mir verfallen und klamm heimlich raus Sie will nen echten Mann, denn du bist langweilig drauf Ich bin nicht Christian Grey, aber dominiere Hab das Sagen, als ob ich auf'm Tromm reagiere Dein Girl ist gefesselt, dir sind die Hände gebunden Du kannst nichts machen, dir sind die Hände gebunden Du kannst nichts machen, dir sind die Hände gebunden Du kannst nichts machen, dir sind die Hände gebunden Untertitelung des ZDF, 2020